Hi Leute, der kalte Winter steht bevor. Da ist doch ein kuscheliges Hundekissen genau das richtige für deinen Vierbeiner. Wie das geht, erfährst du hier. Du benötigst dafür ein Kissen, einen Rollkragenpullover, Watte, einen Faden, eine Nadel und eine Schere. Los geht's mit den Ärmeln, welche am Pullover festgenäht werden. Dann stopfst du das Kissen in den Pullover und nähst die Unterseite auch zusammen. Den oberen Teil befüllst du mit Watte und nähst auch hier zusammen. Zum Schluss nähst du noch die restlichen offenen Stellen zu und schon ist das Hundekissen fertig.